Hallo und herzlich willkommen auf allen unseren Social Media Kanälen. Wir haben heute eine E-Mail bekommen von Julian Lebley. Ich bin ein großer Fan von ihm, war auch schon auf einem Konzert von ihm. Und wir haben die Erlaubnis einen Songtext im Buch zu veröffentlichen. Ich werde euch natürlich nicht verraten welchen Songtext. Es ist einer meiner Lieblingssongtexte und er passt gut zum Buch und bedeutet mir viel. Dann gibt es noch zu sagen. Wir haben am 20. November eine Lesung in der Villa in Wien mit Frau Polly Veronika. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle kommt. Bitte anmelden dafür. Also bei der Veranstaltung anmelden. Und ja, am 19. November sind wir in St. Pölten im Radio, im Campusradio von der FH und den höheren Schulen zu hören. So um 17 Uhr. Eine Stunde lang. Ich bin schon total nervös. Ich bin morgen noch zu Hause und muss dann wieder bis Donnerstag ins Krankenhaus. Aber ja, kann man nichts machen. Aber mir geht es schon besser und danke für die gute Besserungswünsche und so. Und ja, sonst geht es voran. Am 26. wollen wir den Druckauftrag geben. Da werden wir am 26. Bücher haben. Das wird ein bisschen knapp, aber ich hoffe, es geht sich aus. Und ja, bis dahin hören wir uns bald wieder. Und ciao, eure Ines.